Nach 400 Metern hier recht die Fahrstreite benutzen, um die Auffahrt am 4-Richtung an 2-R vorzunehmen. Kann ja jeder lauf hier hören. Was macht ihr denn das denn? Das sah auch schön aus. Alles klar. Das war unberuhigt. So, wie blöd kann man denn sein? Auf jeden Fall. Die Tür ist auch immer so. Wow, ich hätte den TB noch kleiner gemacht. Erkennt das kleiner. Ja. Was macht ihr hier alle? Ach so, die kamen da raus und... Wie kann man denn so dumm sein? Ich könnte ja mal drücken. Das ist eigentlich jeder einmal rufen. Richtig, aber lange rufen. Wir hätten einfach... Ich bitte. Rückmach. So, jetzt war es scheiße. Ich bin ein. 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 Bis zum nächsten Mal.